Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Grüezi miteinander. Genauso wie man mit einer individuellen Garderobe seine Persönlichkeit unterstützen und betonen kann man mit dem richtigen Make-up sein Aussehen entscheidend beeinflussen. Und damit das fantasievolle Spiel mit den Farben keine Grenzen kennt, haben internationale Kosmetikhäuser für BELTAM eine ganze Reihe von neuen Kosmetikprodukten kreiert. Wählen Sie Ihren Lidschatten im Grundton Ihrer Garderobe oder in der Farbe Ihren Augen. Experimentieren macht Spass, besonders mit Modefarben. Grundsätzlich werden die vordere Lidhälfte heller schminken und dann nach hinten etwas dunkler werden. Tönen Sie die Wimpern kräftig duschen, für besonders dichte Wimpern zwei- bis dreimal hintereinander. Kajalstifte schenken Ihnen geheimnisvolle Augenblicke. Es muss aber nicht unbedingt immer schwarz sein. Für jeden Typ gibt es bei BELTAM die passenden Farben. Von blond über braun bis zu schwarz. Und zum Schluss noch ein Hinweis. Wenn Sie gerne wissen möchten, wie man mit einem Tupfer Rausch kleine Schönheitsfehler schnell auskorrigieren kann oder wenn Sie wissen, wie man Ihr Make-up sofort wieder auffrischen kann, wenn Sie sonst Fragen haben zu Ihrer persönlichen Schönheitspflege, dann möchten Sie vielleicht gerne mal an einem von diesen beliebten BELTAM Schönheitskürze teilnehmen. Läuten Sie doch einfach an! Nicht nur für die schönen Frauen, auch für die starken Männer hat GOP immer wieder interessante Neuheiten, wie zum Beispiel die bequemen Hemli aus 100% Baumwolle in verschiedenen Dessins und Farben und zu besonders günstigen Preisen. Nach den Ferien bleiben die schönen Erinnerungen und natürlich die Fotos. Bei GOP sind jetzt alle Standardkopien besonders günstig und das Entwickeln ist gratis. Neu gibt es bei GOP Idealkopien mit 18% mehr Bild. Auch diese Kopien mit dem grösseren Bildanteil offeriert Ihnen GOP jetzt günstiger. Und jetzt noch ein Tipp für alle, die einen superfrischen Zopf zum Morgen über alles schätzen. Die Lösung heisst, selber machen mit dem neuen Zopfmehl, den man jetzt bei GOP kaufen kann. Wie man den Teig macht und wie man zöpft, steht gerade auf der Packung. Der nächste Beitrag kommt aus der Studioküche. Dort wird zwar nicht zöpft, aber schauen Sie trotzdem mal rein. Fondue-Rezept gibt es allweg so viel wie Fondue-Köch. Mein Vorschlag zur Abwechslung von Williams-Fondue. Das Gagelon wird immer mit einem halben Knoblauchzeichen ausreiben. Weisswein und Zitronensaft ins Gagelon leeren. Eine Fondue-Mischung von der Coop-Käs-Abteilung oder eine fixfertige Fondue-Mischung ins Gagelon geben. Mit einem Holzgehelle auf dem Feuer in einem leichten Achti reeren, bis die Masse leise kocht und homogen ist. Mein Zitronensaft in Williams-Ageriecht reinleeren. Mit Pfeffer, Musketnuss und ein wenig Knoblauch nachwürzen. Zum Schluss ein paar Würfelchen Waschräder zu und in der heissen Masse verlaufen lassen. Das Gagelon aufs Rochaudou und dann kann es losgehen. Die Bierwürfelchen essen wir entweder separat oder spiessen sie statt dem Brot auf die Gabel auf. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung, das wissen Sie. Weitere Rezepte und viele praktische Tipps finden Sie in der kleinen Broschüre, die jetzt in allen Coop-Läden aufliegt. Viel vergnügen! Ich bin sicher, dass Ihre nächste Fondue-Plage mit diesen Rezepten eine vergnügliche Angelegenheit sein wird. Wir wünschen Ihnen weiterhin noch einen schönen Abend, achten Sie aber noch auf die Coop-Aktionen dieser Woche. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop Schwarztee Lipton Yellow Label 100 Beutel statt 5,95 nur 4,95. Zwei Dosen feine Midibohnen statt 6 Franken nur 5 Franken. 100 Gramm Viando-Durwurst und Fleischware sind jetzt 10% günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 5 kg Vollwäschmittel Biancomat statt 14,50 Franken für nur 11,50. Uva Italia Traube das Kilo nur 1,60. Auf Wiedersehen! 1 300 paralysis 1 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020